Joach, herzlich willkommen zu deiner Folge Fischkopf TV, hier ist euer Fischkopf, wir spielen Zürich aus dem Multiplayer und zwar das Waffenspiel, weil es letztes Mal so schön war. Gleiche Lobby, die letzte Folge und der Ralf, der hat sich übrigens gemeldet und der hat sich total gefreut über eure Nachrichten und hat geschrieben, jetzt kann ich mit einem Lächeln einschlafen und so, allerdings schreibt man den mit PH, Leute, und das hat er ein bisschen angeprangert, aber ich hab ihm gesagt, hey, no problem, ich sag das den Leuten und dann wissen die Bescheid, ja, also Thema Ralf. Bitte mit PH anziehen, diesen Handschuh, nicht mit F. Bitte. Haha, es läuft! Ah, da sitzt auch einer! Da saß auch einer! Äh, fängt aber ganz gut an, ne? Im Moment. What? What? Wo? Okay, der war da hinten irgendwo. Was denn? Warum denn? Ähm, 6-0, hallo? Wo denn? Wow, warum denn? Laddach, laddach, laddach! Ähm, ich will jetzt nicht jinxen und so, ne? Aber ich sag's trotzdem, so ein 2-0 wäre richtig geil. Oh! Oh! Nein! Nicht mich töten! Alter! Alter! 8-0! Schaffen wir das? Ich glaube nicht. Also, ich glaube ja nicht. Nein! Da war schon die nächste... Oh mein Gott, ich lade nach, das ist ein großer Fehler! Puh! 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 Okay. Schießt da einer auf uns? Okay, haben wir! Haben wir! Nein! Und da messert er uns beim 9-0! Ich fass es nicht! Das wäre auch ein bisschen zu schön gewesen, ne? Welcher Nacken war das? Wen hassen wir jetzt unglaublich doll? Weiß ich jetzt nicht. Nein, wir hassen natürlich nicht. Oh! 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 Hihi! Da ist er sitzen geblieben! Selber schuld! Oh, krass! Leute! Was für eine Runde! Okay, ja, messer mich nochmal bitte. Bitte! Will suck so much! Aber was denn? Was denn los? Weil er so schlecht ist. 1-9 oder was? Das ist doch nicht... Also, das ist doch nicht unsere... Oh! Oh! Plötzlich kam er hoch. Aber ich rechte mich! Zu Recht! Puh! Oh Mann, Leute! Es läuft gerade irgendwie sehr gut. Ich weiß auch nicht. Ich frage mich, wenn wir jetzt nicht Waffenspiel spielen würden, sondern was anderes. Ob der... Äh! Ob es da auch so gut laufen würde. Dieses Gemesser die ganze Zeit, ne? Ich würde mich auch nicht aufregen. Aber eigentlich schon. Wo ist der Nacken jetzt? Stirb! Ey! Ich muss nachladen! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Verarsch der mich? Ist er jetzt hier runter gerannt oder was? Schur! Was ist denn jetzt hier schon wieder Schur? What is going on? Hehehehehehe! Okay, geil! Nächster! Achso, das ist eine Einschusswaffe. Ja, das ist... Das ist ganz cool. Die heißt natürlich anders. Aber ich nenne sie jetzt so, weil ich ein Noob bin. Fuck, der ist tot. Von wem erschossen? Hier oben einen? Ach, shit! Okay, das war einfach nur schlecht von mir. Wo haben wir jetzt hier vielleicht noch ein Opfer? Hallo? Ich produziere sehr hochwertige Pornos. Ich möchte dich einladen, mein nächster großer Star zu werden. Alter, wieso ziehe ich denn jetzt? Ich hätte ihn doch heute so wegmachen können. Scheiße, nochmal. Oh, das war ein geiler Headshot. Also für mich war das ein Headshot. Anscheinend war es keiner, aber für mich war das einer. Nein, 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 nein. Schlecht, schlecht, schlecht. Die machen hier gerade Aktion, ne? Oh, yes! Das war aber ein Headshot. Perfekto! Hier ist noch einer. Irgendwo. Gewesen. Nein! Okay, ich würde das jetzt hier gerne beenden. Ich würde das Ganze jetzt mal beenden, mal einen Sack zu machen. Nein! Nein! Wieso? Womit? Okay. Hä? Wo ist der jetzt wieder hin? Hier war doch gerade einer. Haha, der wollte mich messern, der Sausack. Das war mein Freund der Astronaut. Der messert gerne. Der ist okay, bruh. Todesmesser! Oh, das wäre so krass gewesen, Leute. Wenn wir den jetzt gekriegt hätten, da hätten sie aber auch Cheater gerufen, du. Das sag ich dir. Nein! Nein! Oh, shit. Natürlich messert er mich auch, ne? Du, Nacken! Nein, nein! Oh! Wo kommt der denn her? Der ist nachgejoint, ne? Oh, da sind Leute nachgejoint. Wieso? Na, endlich. Ich brauche jetzt mal hier... Wie, da ist noch jemand? Nee. 17. Da ist aber einer gefährlich noch dran. Nein! Konzentration! Habe ich... Das ist doch nicht wahr! Nein, jetzt hat noch einer das Messer! Wenn die jetzt... Wenn die das jetzt... Wenn der das jetzt... Komm schon! Komm schon! Ich... Nein! Nein! Kacke! Ich brauche ein Messer... Nein! Oh! Ja! Clarifier! Autsch! Sagt es ganz... Ganz genau! Ganz genau! Das habe ich gedacht! One for ten with the pistol! Was ist los? Okay. Ich bin sehr, sehr verärgert. Das hätte besser laufen sollen. Aber wir haben gerade unglaublich viele Punkte gekriegt. Das finde ich auch ganz gut wiederum. So, bitte bloß nicht Freefall, oder? Wollen wir Freefall? Möchten wir das? Nee! Lass mal Octane spielen. Lange nicht gesehen, das Ding. Und mal wieder Bock! Ich habe mal wieder Bock! Hey, Bro! Was geht? Hast Bock? Ja! Waffenspiel, das Waffenspiel. Den Waffenspiel. Ich kann immer so schlecht räumen, deswegen reime ich nicht. Lalalalalala! Lalalala! Lalalala! Waffenspiel, lala Lalalalalalalala Lalalalalala Waffenspiel Okay, nicht singen, Bro Nicht singen Kaputt machen, Leute, kaputt machen Schnell Beim Waffenspiel ist Schlüssel des Erfolgs Ein bisschen zumindest Wenn man gleich am Anfang ganz schnell so die ersten 2, 3, 4 Waffen klau macht Und dann kannst du dich ein bisschen Ein bisschen runterfahren Aber auch nicht viel Weil du weißt ja, der Schlüssel, der eigentliche Schlüssel zum Erfolg Ist schnell gewinnen Russian sozusagen Ihr kennt das Spiel, ich brauche euch das nicht erzählen, Leute Okay, 20, 1, 2, 4 Bleib jetzt nicht stehen Bleib jetzt, lad bitte weiter Die Pünktchen bewegen sich immerhin noch Ihr seht es da unten rechts Komm schon Noch 3 Dreiecke Nur noch 3 Dreiecke Das kann doch nicht so schwer sein, so ein Dreieck zu machen Sucht er vielleicht einen neuen Host Also das letzte Mal, als mir das passiert ist Dann hat es einfach nur ein bisschen länger gedauert Ein anderes Mal wiederum lief das Spiel im Hintergrund Und ich hatte es dann verloren Obwohl ich es nie gesehen habe Nie zu Gesicht bekommen habe Was muss ich jetzt machen? Hallo? 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 Oh! Na klar Das war doch wieder klar Okay, dann steigen wir jetzt schnell Und Spielen halt weiter auf der Maps Ruins ist für mich total in Ordnung Wir sind halt bis jetzt nur 4 Leute Aber ich denke mal Und hoffe mal Dass da Leute jetzt nachjoinen Äh, los geht's Sind wir noch Wir sind tatsächlich nur 4 im Moment Kein Problem Die ganzen anderen Leute Die da gerade rausgeflogen sind Die werden sich bestimmt auch denken Ach komm, wir machen noch eine Runde Mit diesem Fischkorb Der war so unglaublich gut He he Dann gibt es auch mal eine Herausforderung Nein, nein, nein Was? Was war das denn? Der hatte schon eine Shotgun? Wo war die denn her? Hat er schon gekillt? Das habe ich gar nicht mitbekommen Aber ich habe auch nicht so richtig drauf geachtet Muss ich ehrlich zugeben, ne? Wieso nicht? Wieso ist das? Wieso? Wie? Ich rege mich nicht auf Ich bin total entspannt Wo sollt ihr denn? Ja, hast du eine Shotgun, ne? Hast du eine Shotgun, ne? Oh, was? Der hat mich auf die Entfernung Mit der fucking Bull Na, endlich Ich wollte mich jetzt nicht schon wieder aufgeregen, Leute Es ist halt so eine Sache Manchmal passieren Sachen Und dann passieren andere Sachen Und dann regt man sich über Sachen auf Weil Sachen passiert sind Und andere Sachen eigentlich gar nicht funktionieren können Aber sie funktionieren doch Weil sie ja anscheinend passieren Immer wieder So, und wo sitzt der Nacken? Ist hier oben irgendwo, ne? Ich sage hier oben Und laufe nicht nach oben Das ist lustig Der ist da irgendwo oben Ah ja Hier ist Action Aff Wo denn? Ach, da oben Okay Ich werde dir mal einen Besuch abstatten Wo denn? Ach, da! Ich habe den gar nicht gesehen Habt ihr den gesehen? Ich habe den gar nicht gesehen Erst als er mich getötet hat Das war krass Das war krass Den hätte ich dann nämlich locker runterholen können Ist jetzt hier oben nochmal einer oder was? Ja, weil der war ja gestorben Der ist auch tot Ist so krass Wenn da so wenig Spieler sind, ne? Drei nur noch? Oh, shit Da muss man sich besonders konzentrieren Oh, haha Okay, shh Ich bin zweiter Von dreien Konzentration Ah, wap, wap, wap Den sieht man immer so schlecht Das war wahrscheinlich auch seine Idee Als er sich einen lustigen Anzug angezogen hat Warte ab, Digga Ich krieg dich Eins Wie viel hat er denn schon? Zehn? Den hab ich schon wieder so spät gesehen Jetzt hat er elf Den muss ich ja ganz dringend wegholen, Leute Ganz, ganz dringend Immer noch nur drei Leute Das heißt Der eine ist sehr gut Und der andere ist halt Da Und gibt dem anderen Typen wiederum Klick Ah Jetzt wollte ich Klicks sagen Aber eigentlich meine ich Kills Und jetzt müssen wir Oh Gott, der ist gut Der weiß, was er zu tun hat Damit er das Ding hier gewinnt, zumindest Jetzt rennt er weg Nein Okay, das war knapp Jetzt ist er rausgegangen Und wollte Leute töten, die da hochrennen Das ist auch wiederum schlau Wow Oh, fuck Das war knapp Sind die beide was aus? Nee, ne Wo ist er jetzt? Oh, da lag einer Hat er sich entschlossen zu campen Weil er Angst hat, oder was? Uncool, Digga Uncool, Digga Uncool, Digga Ich töte dich jetzt gleich Wo liegt er? Da Da lag er Wurde aber ermordet Wow Von dem anderen Typen Der jetzt gleich gewonnen hat Was für eine komische Runde, ne? Aber musst du auch mal mithoben, ne? Musst du auch mal gemacht haben, ne? Oh Oh Weil er da liegt Der scheiß Busch Oh Okay Hab ich? Ich hab Angst Auch noch dazu Oh Wo muss ich hin? Hab ich nicht gekriegt Da lief er eben Habt ihr nicht gesehen, ne? Oh Den hab ich aber Okay, der ist da hinten eben lang gelaufen Ich weiß nicht, wo er jetzt ist Wie viel haben wir jetzt? 11 zu 16 Ach, das heißt eher nur noch das Messer, oder was? Ne, 17 ist Oh fuck Jetzt hat er das Messer Okay, das ist eigentlich nicht mehr holbar, Leute Ach fuck, da ist es vorbei Aber es war irgendwie spannend Ich fand's irgendwie spannend Man wusste, dass man nur die beiden da hat Der eine ist ziemlich gut Der andere Nicht ganz so Ja, bam Das ist es gewesen Äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen Auch wenn es eine kleine Runde hier war Äh, wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Wo ich noch nicht weiß, was noch passieren wird Äh, ich freu mich aber drauf Das war der Fischkopf, bis dann Und tschüss